Wenn wir über ikonische Actionfilme der die 80er und die 90er Jahre sprechen, ist Jean-Claude Van Damme definitiv das Bild, das uns in den Sinn kommt. Bitte markieren Sie unter dem Video eine Eins, um mir mitzuteilen, wie viele von Ihnen hier seine hübschen Action-Momente genossen haben. Seine Popularität ist jedoch stark zurückgegangen, sodass seine Filme in der Kategorie Direct to DVD in den Schatten gestellt wurden. Der heutige Film behandelt die lange gehüteten Geheimnisse dieses Actionhelden, die der Öffentlichkeit lange Zeit verborgen blieben. Entdecken Sie mit uns die verborgene Realität von Jean-Claude Van Damme, frühen Lebensjahren. Schauen wir uns das frühe Leben an und wie es den einzigen Van Damme zu dem Actionhelden machte, den wir alle kennen und lieben, bevor wir einige der unentdeckten Geheimnisse über ihn enthüllen. Im Gegensatz zu vielen Künstlern, die ins Showbusiness hineingeboren wurden, hatte Jean-Claude Van Damme keinen glorreichen Hintergrund. Sein Vater arbeitete in der Buchhaltung, seine Mutter war Floristin. Als Van Damme in Brüssel, Belgien, aufwuchs, hatte er erstaunliche Sprachschwierigkeiten. Er griff auf Zeichentrickfilme wie Familie Feuerstein zurück, um sich für Englisch zu entscheiden. Seine Mutter sprach Niederländisch und sein Vater Französisch. Wer hätte gedacht, dass Fred und Wilma Sprachen unterrichten würden? Van Damme ging trotz einer sprachlichen Barriere über das bloße Erlernen der englischen Sprache hinaus. Er bewies, dass er nicht nur Muskelkraft, sondern auch Intellekt besitzt, in dem er viele Sprachen beherrscht. Van Damme war auch nur ein normales Kind mit einem ungewöhnlichen Spitznamen, bevor er für seinen geformten Körper und seine erstaunliche Kraft bekannt wurde. Der Spitzname Muskeln aus Brüssel gefiel ihm nicht wirklich. Tatsächlich glaubte er, dass es eher den Eindruck eines Krustentiers auf ihn vermittelte, als auf den Actionhelden, den er später entwickeln würde. Aber wie sind diese Brüsseler Muskeln entstanden? Alles begann mit der harten Liebe seines Vaters. Van Dammes Vater glaubte, dass es für seinen zehnjährigen Sohn an der Zeit sei, sich weiterzuentwickeln und meldete ihn in der Karateschule an. Wissen Sie, der kleine Jean-Claude war ein ziemlich geeckiges Kind und sein Vater hatte das Gefühl, dass er etwas Kraft brauchte, um seinen Verstand zu stärken. Und er wurde wirklich härter. Van Damme stürzte sich kopfüber ins rigorose Kickboxen, Taekwondo, Muay Thai und Gewichtheben. Bereits mit 15 etablierte er sich in der anspruchsvollen Karate-Szene. Neben all seinen männlichen Interessen hatte Van Damme auch einen seltsamen Zeitvertreib. Ballett. Wer hätte gedacht, dass der Typ mit seinen tollen Spagat- und High-Fly-Kicks auch Spaß am Tanzen hat. Van Damme begann im Alter von 16 Jahren mit dem Ballettunterricht. Eine ungewöhnliche Aktion. Van Damme trug Strumpfhosen und feilte an seinen Strumpfhosen, wenn andere Jugendliche an regelmäßigen High-School-Veranstaltungen teilnahmen. Er betrachtete Ballett als eine der schwierigsten Sportarten, die es gibt. Und nicht nur als eine Art Kunst. Wie er bekanntlich sagte, man kann jede Sportart ertragen, wenn man eine Ballettstunde übersteht. Und er hat es fünf Jahre geschafft. Van Damme lernte Ballett, während seine anderen Actionstars an ihrer Persönlichkeit als harter Kerl arbeiteten und Eisen pumpten. Es ist ihm auch nicht peinlich, es zu sagen. Tatsächlich sagt er, dass das Ballett sein Gleichgewicht, seine Genauigkeit und seine Flexibilität verbessert hat. Eigenschaften, die er sicherlich nützlich fand, als er diese hochfliegenden Tritte und akrobatischen Darbietungen im Film ausführte. Dennoch hatte Van Damme neben dem Tanz noch andere Leidenschaften. Er liebte auch Karate. Außerdem war er kein typischer Kampfkünstler. Während die meisten Karate-Schüler Jahre arbeiten, um den gewünschten schwarzen Gürtel zu erlangen, erreichte Van Damme diese Marke bereits im Alter von 18 Jahren. Bei der Teilnahme an Halbkontaktmeisterschaften zeigte er deutlich seine Leidenschaft und sein Talent und demonstrierte damit seine Macht, mit der man in der Welt der Karate-Meisterschaften rechnen muss, Kampfsportbereich. Ganz zu schweigen von seinem Abenteuer im Bodybuilding. Van Damme zählte in seinen späten Teenagerjahren das Gewichtheben zu seinen bereits herausragenden Fähigkeiten. Bald ging er zum Äußersten und qualifizierte sich als Mr. Belgium bei einem Bodybuilding-Wettbewerb. Van Dammes. Mischung aus Ballett, Karate und Bodybuilding macht angesichts seiner herausragenden Knockout-Bilanz auf und neben der Leinwand Sinn. Van Dammes Kampfsport. Karriere. Jean-Claude. Van Dammes Karriere in der Welt der Kampfkünste ist geradezu legendär. Mit einer erstaunlichen Bilanz von 44 Knockouts bei vier Niederlagen in Halbkontaktkämpfen und 18 Knockouts bei nur einer Niederlage in Vollkontaktkämpfen, etablierte sich Van Damme schnell als eine ernstzunehmende Kraft in der Welt der Kampfkünste, als er den Ring betrat. Bei einem dreitägigen Karate-Wettbewerb setzte er sich sogar gegen 25 Gegner durch und erreichte damit den zweiten Gesamtrang. Doch trotz der offensichtlichen Fähigkeiten und Erfolge, die Van Damme hatte, stieß er auf eine gewisse Menge Skeptiker. Obwohl er sich mitten in einer erfolgreichen Karriere im Kampfsport befand, zweifelten viele weiterhin an seinen Fähigkeiten. Trotzdem blieb Van Damme entschlossen, ihre Behauptungen zu widerlegen. Bei den Forest Nationals, die in Belgien stattfanden, sollte Van Damme im Alter von 20 Jahren gegen seinen ehemaligen Partner Patrick Teugels antreten. Dieses Ereignis gilt als einer der bedeutendsten Meilensteine in Van Dammes Karriere. Aufgrund der Tatsatsche, dass Teugels Van Damme sowohl zweimal durch Entschädung geschlagen hatte und Van Damme im Gegenschub nur einen Sieg erringen konnte, hatte dieses Spiel ein enormes Gewicht. Van Damme stand unter großer Belastung und die Mehrheit der Leute wettete gegen ihn. Der Außenseiter sollte jedoch nie unterschätzt werden. Das wissen wir alle. Teugels geriet ins Wanken, als Van Damme in der ersten Runde einen verheerenden Tritt gegen die Nase ausführte, der zu einem technischen Knock-out-Sieg für Van Damme führte. Dieser Sieg war eine plötzliche und unerwartete Wende der Ereignisse. Durch diesen monumentalen Sieg festigte Van Damme seinen Status als furchterregende Kraft in der Welt der Kampfkünste. Es war ein bedeutender Sieg für Van Damme. Trotz der Tatsache, dass er eine Reihe weiterer Siege einfuhr, betrachtete er den Kampf mit Teugels immer als den denkwürdigsten Kampf seiner Karriere. Van Damme genoss den Ruhm seiner Leistung, dank der Tatsache, dass sein Name im Rampenlicht stand und sein Ruf auf dem Vormarsch war. Doch seinem Entdeckergeist entsprechend richtete er sein Augenmerk schnell auf eine neue Aufgabe, die Schauspielerei. Van Dammes turbulente Filmkarriere. Stellen Sie sich vor, es gibt einen jungen Mann, der keine Erfahrung in der Schauspielbranche hat über eine begrenzte Ausbildung verfügt und den starken Ehrgeiz hat, in der Filmbranche erfolgreich zu sein. Zu ihrer Information, es ist Jean-Claude Van Damme. Obwohl er aus einer armen Familie stammte, konnte er sich in der wettbewerbsintensiven Welt Hollywoods einen guten Ruf aufbauen. Alles begann mit einem kleinen, nicht im Abspann aufgeführten Auftritt in einem Theaterstück, das in Belgien und Frankreich aufgeführt wurde. Van Damme wurde in der Produktion nur als Statist in der Rolle eines Kinogängers besetzt. Andererseits reichte es aus, um die Zündschnur in ihm anzuzünden. Er war sich der Tatsache bewusst, dass er sich mehr wünschte und er war bereit, alles zu tun, was nötig war, um sein Ziel zu erreichen. Bevor er sich jedoch durch seine Tritte und Faustschläge einen Weg in die Herzen der Kinobesucher erobern konnte, musste er sein Image ausbauen. Ehrlich gesagt ist Jean-Claude Van Warenberg nicht gerade ein Name, der einem sofort in den Sinn kommt. Seine Handlungen entsprachen denen eines jeden Möchtegern-Actionstars. Ein Kumpel schlug ihm einen passenden Namen vor. Das war der Moment, in dem Van Damme entstand. Als Van Damme seine neue Identität bekam, strebte er sofort danach, der erfolgreichste Schauspieler der Welt zu werden. Inwieweit war es jedoch für einen kämpfenden Schauspieler, der große Ziele, aber wenig Geld hatte, möglich, über den Atlantik zu kommen? Sein Fitnessstudio wurde eröffnet, nachdem er einen Kredit aufgenommen hatte. In Brüssel gründete Van Damme einen Trainingsclub, den er California Gym nannte. Es befand sich in unmittelbarer Nähe eines Friedhofs. Auch wenn er dort nicht mehr für die Aufführung verantwortlich ist, war es für ihn sicherlich von Vorteil, Geld zu sammeln, um ein One-Way-Ticket nach Hollywood zu kaufen. Aus diesem Grund konnte sich Van Damme schließlich mit Entschlossenheit und ein paar Dollar in der Tasche auf den Weg in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten machen. Andererseits kann man sagen, dass die Dinge nicht so reibungslos liefen, wie er es erwartet hatte. Aufgrund seiner begrenzten Englischkenntnisse und der geringen Summe von 5000 Dollar, die er besaß, befand er sich in einer sehr schwierigen Situation. Der Glanz und Glamour Hollywoods war weit entfernt von der Realität, dass er in seinem Fahrzeug lebte, auf der Straße schlief und sogar unbefugt Waren mitnahm, um Essen auf den Tisch zu bringen. Auf der anderen Seite ist unser Mann Van Damme so etwas wie eine Widerstandskraft. Er arbeitete in verschiedenen Gelegenheitsjobs. Neben seiner Tätigkeit als Chauffeur arbeitete er auch als Teppichleger und Pizzabote. Und gerade als alles in die falsche Richtung zu laufen schien, beschloss Lady Luck, ihn anzulächeln. In seinen Worten, ich war die ganze Zeit über in meinem Kopf davon überzeugt, dass mein Traum wahr werden würde. Jeden Tag bedankte ich mich im Voraus für meine Leistung. Und ich betete immer und immer wieder zu Gott, weil es das einzige war, wozu ich mich durchringen konnte. Und was denkst du? Es war eine Realität. Der Tag Traum wurde wahr. Ich hatte viel Glück. Ohne Zweifel hatte er Glück. Der große Durchbruch, auf den Van Damme gewartet hatte, kam schließlich und er entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Actionstars der die 80er und die 90er Jahre. Er begeisterte die Zuschauer mit seinen beeindruckenden Kampfkünsten und seinem charmanten Akzent. Aufstieg zum Ruhm. Von 1982 bis 1983 traf der heranwachsende Jean-Claude Van Damme auf den legendären Chuck Norris, der ihm zu Ruhm und Reichtum verhelfen sollte. Zu dieser Zeit war er als Sicherheitsmann im Restaurant von Chuck Norris angestellt, mit dem Ziel, eine prominente Figur in der Kampfsport- und Filmindustrie zu werden. Alles begann damit, dass Norris, der von Van Dams Fähigkeiten im Kickboxen beeindruckt war, ihn einlud, sich seinem Stunt-Team für einen bevorstehenden Film anzuschließen. Van Damme hatte diese Gelegenheit erwartet, obwohl es sich um eine untergeordnete Rolle handelte. Allerdings heißt es so schön, der Weg zum Erfolg ist nie geradlinig. Die Situation begann sich 1916 und 60 zu verbessern, als Van Damme seine erste bedeutende Rolle als russischer Widersacher Ivan in Corey Evans No Retreat, No Surrender bekam. Dies war ein entscheidender Moment in seiner Karriere, der ihn in den Fokus der Öffentlichkeit rückte und den Grundstein für seine zukünftigen Unternehmungen legte. Darüber hinaus wurde Van Dammes Karriere durch die Veröffentlichung von Bloodsport im Jahr 1988 erheblich verändert. Er erlangte Berühmtheit und verwirklichte schließlich sein Ziel, nachdem der Film an den Kinokassen unglaubliche 35 Millionen Dollar eingespielt. Doch wie heißt es so schön, auf großen Erfolg folgt große Enttäuschung. Als es um seine mögliche Rolle in dem legendären Film Predator ging, wagte Jean-Claude Van Damme, der Muskelprotz aus Brüssel, ein ziemliches Abenteuer. Er war zunächst überglücklich, die erste Wahl für die außerirdische Figur zu sein und freute sich auf die Gelegenheit, seine Kampfkunstfähigkeiten auf der großen Leinwand unter Beweis zu stellen. Dennoch verschlimmerte sich die Situation zu einer absurd-katastrophalen Wendung. Stellen Sie sich Van Dammes Kummer vor, als ihm ein knallroter Plastikanzug und eine Tarnvorrichtung präsentiert wurden und er angewiesen wurde, wie ein Frosch vor einem grünen Bildschirm herumspringen. Nicht ganz die umwerfenden Kampfsportsequenzen, die er sich vorgestellt hatte. Um die Verletzung noch schlimmer zu machen, drückte er seine Enttäuschung darüber aus, dass sein Gesicht im Film nicht zu sehen sein würde und dass sein Beitrag nicht gewürdigt würde. Darüber hinaus war der Predatoranzug selbst angeblich qualvoller als ein Roundhouse-Schlag ins Gesicht. Berichten zufolge konnte Van Damme aufgrund der übermäßigen Hitze im Anzug nicht stehen, was dazu führte, dass er wie bei einem schlecht ausgeführten hohen Tritt zusammenbrach. Er klagte ständig über die Beschwerden. Das verärgerte Team ersetzte Van Damme umgehend durch eine Person, die der starken Hitze des Predatoranzugs besser standhalten konnte. Allerdings hegt Van Damme keine Reue angesichts seiner kurzen Amtszeit als räuberischster Mensch. Er war wirklich erleichtert, von dem einengenden Kleidungsstück befreit zu sein. Schließlich erzielte er mit Filmen wie Bloodsport große Erfolge, wo er zweifellos ein Gehalt erhielt, das seine früheren Kämpfe in eine ferne Erinnerung verwandelte. Van Dammes erste Erfahrung. Mit Hollywood-Berühmtheit war die beträchtliche Vergütung, die er für seine Hauptrolle in Universal Soldier erhielt, eine beeindruckende Million Dollar. Anschließend stiegen seine Einnahmen weiter an und gipfelten in einer Summe von 6,2 Millionen Dollar für seine Teilnahme an Streetfighter. Nicht allzu schäbig für eine Person, die das Ausruhen in ihrem Fahrzeug bisher als eine praktikable Wohnform ansah. Van Damme engagierte sich entschlossen für sein Handwerk, während sein Ruf immer besser wurde. Er entdeckte, dass ein Produzent während des Produktionsprozesses Gelder von Double Impact für einen anderen Actionfilm umleitete. Van Damme, der vor einer Herausforderung nicht zurückschreckte, konfrontierte den Produzenten auf eine ganz eigene Art und Weise, indem er ihm eine Papaya an den Kopf warf. Zum Glück für den Produzenten und zum Bedauern für die Wand hinter ihm, konnte er dem köstlichen Projektil entgehen. Es scheint, dass Van Dammes Vorliebe für hochfliegende Action nicht auf das Filmset beschränkt war. Doch gerade als sich herausstellte, dass Van Dammes Leben nicht noch dramatischer werden könnte, entdeckte er ein neues Interesse, das seine Karriere beinahe beendet hätte. Van Dammes Süchte. Van Damme bis als Mitte der 1999er Jahre alles. Bekannthit und Reichtum. Als er Mitte 30 war, erlebte er den Höhepunkt der Berühmtheit und die Gefahren des Drogenmissbrauchs. Van Damme geriet wie zahlreiche andere Berühmtheiten seinerzeit in das Netz der Sucht. Wöchentlich wird Kokain im Wert von unglaublichen 10.000 US-Dollar geschnupft. Falls Sie neugierig sind, das sind ungefähr 10 Gramm pro Tag. Man kann davon ausgehen, dass er dadurch nicht gerade der freundlichste Mensch geworden ist. Betrachten Sie zum Beispiel die Streetfighter-Serie. Van Dammes Neigung störte die gesamte Produktion. Wenn man jedoch die prominenteste Action-Persönlichkeit in der Gegend ist, kann man sich einiges erlauben. Die Produzenten entschieden sich dafür, eine Person mit der Aufsicht über ihn zu beschäftigen, anstatt ihn zu entlassen. Lassen Sie uns einfach feststellen, dass das Ergebnis nicht wie erwartet war. Sein Assistent entwickelte sich zu seinem Komplizen bei kriminellen Aktivitäten. Allerdings war Van Damme kein Allrounder, wenn es um Substanzen ging. Darüber hinaus hatte er eine Affinität zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und Alkohol. Tatsächlich führte seine Vorliebe für Alkohol auch zu seiner Verhaftung wegen unberechenbaren Fahrens in Hollywood. Das Ergebnis? Eine Geldstrafe von 1.200 US-Dollar, ein 90-tägiger Führerscheinentzug, ein obligatorischer Fahrkurs und drei Jahre auf Bewährung. Darüber hinaus ist es wichtig, sich an den Vorfall zu erinnern, als Van Dammes Drogenmissbrauch so alarmierende Ausmaße annahm, dass er sich einer Rehabilitation unterziehen musste. Dies hielt jedoch nicht über einen längeren Zeitraum an. Er hatte einen Punkt erreicht, an dem er eine Fülle von Substanzen benötigte, um als halbnormaler Mensch zu funktionieren. In dieser Zeit eskalierten die Ereignisse rasant. Nicht nur sein Privatleben war betroffen. Er stand auch vor der Möglichkeit, seine Karriere zu verlieren. Neben Substanzmissbrauch litt Van Damme noch unter einer weiteren Sucht. Van Dammes Heiratskontroversen. Die Boulevardzeitungen waren mit den romantischen Eskapaden von Jean-Claude Van Damme beschäftigt. Der Action-Ikone, die für ihre hohen Tritte und ihr großes Drama bekannt ist. Der Einzelne hat eine beträchtliche Anzahl von Kontroversen in der Ehe erlebt, wie seine fünf Ehen belegen. 1980 heiratete Jean-Claude Maria Rodriguez, was den Beginn seiner Liebesgeschichte markierte. Bedauerlicherweise war die Gewerkschaft nicht in der Lage, die turbulenten Veränderungen, die sein Leben durchzogen, zu ertragen. Vier Jahre später trennten sie sich, was den Weg für ihre zweite Ehe mit Cynthia Derdarian öffnete. Bedauerlicherweise war auch dieses Unterfangen nur von kurzer Dauer und endete zu einem Zeitpunkt, als Jean-Claude's Schauspielkarriere gerade zu blühen begann. Dennoch behielt er seinen Glauben an die Liebe bei. Bald sagte er noch einmal Ja, diesmal zu Gladys Portugiese, einer Frau mit vielfältigen Talenten, darunter Schauspielerin und Bodybuilding. Dennoch konnten die untreue Vorwürfe, die während der Dreharbeiten zu Universal Soldier andauerten, ihre Ehe trotz des Bodybuilderkörpers untergraben. Jean-Claude, der sich von seinen früheren Fehlern nicht abschrecken ließ, versuchte 1995 erneut, mit Darcy LaPere eine zufriedene Ehe zu erreichen. Es schien jedoch, dass sich die Geschichte wiederholen würde, da auch ihre Ehe scheiterte. Es ist offensichtlich, dass Jean-Claude Van Damme in seinem romantischen Leben eine Fülle von Höhen und Tiefen erlebt hat. Doch was wäre ein Hollywood-Frauenschwarm ohne einen Hauch von Skandal und Kontroverse? Im Zusammenhang mit Skandalen lohnt es sich, Jean-Claude's Neigung, sich in außereheliche Affären zu verwickeln, zu diskutieren. Gerüchte über seine angebliche Affäre mit seiner Co-Star Kylie Minogue machten die Runde. Er leugnete jahrelang vehement jede romantische Verbindung mit dem Pop-Königshaus, doch schließlich kam die Wahrheit ans Licht. Tatsächlich führten Kylie und Jean-Claude eine intensive Affäre. Er führte es auf ihre unbestreitbare Attraktivität zurück und beschrieb es als exquisites Liebesspiel. Es scheint eine bekannte Rechtfertigung für den Reiz der Attraktivität zu sein. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Jean-Claude zu Hause eine Frau hatte, die während all dieser Verstrickungen auf ihn wartete. Van Damme war zum Zeitpunkt seines Ehebruchs frisch mit seiner vierten Frau, Darcy LaPere, verheiratet. Dennoch war ihm das Herumschleichen nicht fremd, da Darcy in seiner früheren Ehe seine Konkubine gewesen war. Es scheint, dass der Einzelne dazu neigt, die Intrige im Bereich der Romantik aufrecht zu erhalten. Interessanterweise wusste seine Frau während der Dauer ihrer Ehe nicht, dass er eine Affäre mit dem Musikphänomen Kylie Minogue hatte. Van Damme enthüllte seine Übertretung erst 20 Jahre später in einem öffentlichen Interview. Die Tatsache, dass er sich von seiner neuen Verlobten abgewandt hat, ist empörend genug. Allerdings verstärkt die Tatsache, dass sie mehr als nur eine Braut war, den Schock zusätzlich. Van Dammes Frau wurde während ihrer Ehe schwanger und er leistete nicht die Unterstützung, die man erwarten würde. Vielmehr verhielt er sich ähnlich wie seine frühere Frau. Er reiste ab, um sich den Freuden Thailands hinzugeben, wo er Actionfilme drehte und sich in der Bewunderung seiner Fans sonnte. Es ist nicht gerade die Verkörperung ehelicher Harmonie, oder? Nach seiner Rückkehr wurde sein Verrat kaum noch erwähnt, da er weitere drei Jahre lang die Rolle des Ehemanns und Vaters ausübte, bis sie schließlich an ihre Grenzen stieß und die Scheidung einreichte. Ihre Ehe wurde jedoch nicht ausschließlich durch seinen Ehebruch beendet. Sie reichte während ihrer Ehe nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal die Scheidung ein. Darcy Lapierre warf ihm vor, ihr aufgrund seiner Wut häufig körperliche Verletzungen zugefügt zu haben. Er hat ihr einmal eine so schwere Verletzung zugefügt, dass sie gezwungen war, einen Arzt aufzusuchen. Das war der entscheidende Faktor. Lapierre beantragte und erwirkte erfolgreich eine einstweilige Verfügung gegen Van Damme aufgrund seines zutiefst erschreckenden Verhaltens. Im Scheidungsverfahren beantragte sie das alleinige Sorgerecht für ihren zweijährigen Sohn sowie beträchtliche 150.000 US-Dollar Unterhalt pro Monat und fast 300.000 US-Dollar an Gerichtskosten. Nach alledem scheint es, dass für die Mehrheit der Menschen eine vierte Frau ihre letzte Frau wäre. Van Damme hält sich jedoch nicht unbedingt an diese Regel. Überraschenderweise heiratete Van Damme noch einmal. Diesmal heiratete er Gladys Portex, eine seiner früheren Ehefrauen, zum zweiten Mal. 1987 heiratete Van Damme Gladys Portex, seine dritte Frau. Ihre Verbindung wurde jedoch gefährdet, als Van Damme einen weiteren Ehebruch beging. Anschließend heiratete er und ließ sich von seiner Konkubine aus der Affäre scheiden. Dennoch gelang ihm trotz aller Hindernisse die Rückkehr nach Portugal. Gerüchte und Kontroversen über Van Damme. Unser geliebter Jean-Claude Van Damme befand sich 2009 in einer heiklen Situation. Offenbar besuchte er häufig einen Club in Thailand, wo er beim Tanzen einer jungen Ukrainerin begegnete, was sein bevorzugter Ort für Treffen mit Geliebten war. Aber zu dieser Zeit war er noch in einer sehr starken Ehe mit seiner fünften Frau Gladys. Van Damme war sofort von der ukrainischen Schönheit fasziniert und begann eine heimliche Liebesbeziehung mit ihr, wie es in solchen Situationen üblich ist. Dabei reiste sie mehrmals heimlich in die Ukraine, um sie zu besuchen. Die junge Frau übernahm sogar die Rolle seiner Assistentin bei privaten Zusammenkünften, was darauf hindeutet, dass es sich um ein recht geheimes Duo handelte. Es ist jedoch unvermeidlich, dass alle wunderbaren Dinge ein Ende haben müssen, insbesondere im Bereich der illegalen Geschäfte. Van Dammes Familienleben war gefährdet, da die Wahrheit dazu neigt, ans Licht zu kommen. Eine herausfordernde Entscheidung stand unmittelbar bevor. Schließlich erfuhr seine Frau von seiner Untreue und leitete zum zweiten Mal den Scheidungsprozess ein. Es stellte sich heraus, dass diese Affäre schon seit Jahren andauerte. Trotz seiner Zuneigung zu seinem ukrainischen Liebesinteresse entschied Van Damme schließlich, dass die Wahrung der Einheit seiner Familie von größter Bedeutung war, insbesondere da dies ihr zweiter Versuch war, Eheglück zu erreichen. Nun ist dies der Punkt, an dem die Situation wirklich faszinierend wird. Seine Frau, die vielleicht ein wenig wohlwollend oder einfach nur schlau war, bot an, sein Fehlverhalten gegen einen Preis zu ignorieren. Zusätzlich zu anderen extravaganten Geschenken bestand sie darauf, dass Van Damme ihr ein brandneues Anwesen kaufte. Es scheint, dass Liebe tatsächlich einen Preis hat. Van Damme widmete sich daraufhin wieder seiner Frau und verließ seine Konkubine. Es wäre jedoch unklug anzunehmen, dass unser lieber Jean-Claude seine Irrwege vorzeitig berichtigt hätte. Denn einmal ein verirrtes Auge, immer ein umherschweifendes Auge. Der Actionheld Jean-Claude Van Damme, der für sein Charisma auf der Leinwand und seine Kampfkunstfähigkeiten bekannt ist, war in den letzten Jahren erneut in einen Skandal verwickelt. Das Drama wurde dieses Mal noch intensiver, als er in einer exklusiven Champagnerbar in Brüssel eine Beziehung mit einer Frau einging, die halb so alt war wie er. Es schien, dass Van Damme und die junge Frau eine gegenseitige Anziehungskraft hatten, da sie in eine Nacht voller Flirts und Hochgefühle verwickelt waren. Dennoch wurde die Situation unsicher, als Van Damme, der für sein Durchsetzungsvermögen bekannt ist. Einen gewagten Schritt wagte und die Frau einlud, ihn nach Hause zu begleiten. Nachdem sie abgelehnt hatte, weigerte er sich, ein Nein als Antwort zu akzeptieren und machte sich auf die Suche nach einem alternativen Treffpunkt. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass Van Damme zahlreiche romantische Abenteuer erlebte und dabei häufig die Bewunderung seiner weiblichen Verehrerinnen genoss. Aufgrund seiner körperlichen Leistungsfähigkeit und seines attraktiven Aussehens verspürte er trotz der Tatsache, dass er in den 60ern war, zweifellos ein Anspruchsgefühl und Vertrauen in seine Fähigkeit, Frauen anzuziehen. Dennoch schien Van Dammes Ego die Oberhand zu gewinnen, als er mit Ablehnung konfrontiert wurde. Trotz der Weigerung der Frau setzte er seine Verfolgung fort und zwang sie schließlich in eine kompromittierende Situation auf einer öffentlichen Toilette. Glücklicherweise konnte sich die Frau aus seinem Griff lösen und Hilfe suchen, was dazu führte, dass sie sichtlich verzweifelt und verletzlich war. Bedauerlicherweise war dieser erschütternde Vorfall kein Einzelfall. Es wurde bekannt, dass Van Damme in einen weiteren Skandal verwickelt war, an dem diesmal zahlreiche Personen beteiligt waren. Van Damme scheint in seinen Bemühungen, Grenzen einzuhalten, erfolglos zu sein. Es wird vermutet, dass er zusammen mit zwei anderen eine Verschwörung geplant hat, um eine Frau in ein Hotelzimmer zu locken. Anschließend soll Van Damme sich ihr aufgedrängt haben, während die anderen beiden im selben Bett ihren eigenen illegalen Aktivitäten nachgingen. Wir alle wissen, dass Van Damme eine Vorliebe dafür hat, starke Männer auf der Leinwand darzustellen. Es scheint jedoch, dass er diese Person etwas zu ernst genommen hat. Berichten zufolge stand er bei diesem Vorfall offenbar unter übermäßigem Einfluss von Liquid Courage. Darüber hinaus stieß Van Damme 1997 auf zusätzliche Schwierigkeiten. Diesmal waren sie jedoch nicht mit Frauen verwandt. Es ging um Frank Dux, den Kickboxer, den er in Bloodsport verkörperte. Dux behauptete, Van Damme habe es versäumt, ihn für seine Beiträge zum Film The Quest von 1990 zu entschädigen. Dies ist jedoch nicht das einzige Problem. Dux kritisierte Van Dammes Kampfkunstfähigkeiten und behauptete, dass der Schauspieler nicht in der Lage sei, eine einfache Vorwärtsrolle auszuführen, ohne mit dem Kopf zusammenzustoßen. Auch Steven Siegel stellte Van Dammes Meisterschaftsstammbaum einmal in Frage. Es scheint, dass Van Damme diese Anschuldigungen und Kontroversen nicht einfach abtun konnte. Das ist jedoch ein natürlicher Aspekt davon, ein Hollywoodstar zu sein, oder? Van Damme ging trotz der Rechtsstreitigkeiten und der Aufregung als Sieger hervor. Die von Dux eingereichte Klage blieb erfolglos, da eine Jury Van Damme schließlich von jeglichem Fehlverhalten freisprach. Van Damme musste sich zusätzlich zu den Promifäden und Gerichtsschlachten auch seinen persönlichen Dämonen stellen. Der Aufstieg und Fall einer Kickbox-Sensation. Jean-Claude Van Damme war während seines Höhepunktes des Erfolgs Gegenstand vieler Gespräche. Die Universal Studios konnten der Faszination dieses Kickbox-Phänomens nicht widerstehen und versuchten, ihn für eine Serie mit drei Filmen zu verpflichten. Sie überreichten ihm verlockende 12 Millionen US-Dollar pro Film und glaubten, den ultimativen Preis erreicht zu haben. Sie waren sich jedoch nicht bewusst, dass Van Dammes Ego im Begriff war, in kolossalen Ausmaßen zu explodieren. Er beschloss, dass es an der Zeit war, das System auszunutzen, da alles, was er berührte, zu Gold wurde. Er forderte ein Gehalt, das nicht nur doppelt so hoch war wie ihr Angebot, sondern auch dem von Jim Carrey entsprach. Universal Studios war zweifellos verblüfft. Sie waren erstaunt über die Informationen, die sie erhielten. Sie lachten und trennten die Verbindung, ohne ein Wort zu sagen. Plötzlich änderte sich Van Dammes Schicksal. Plötzlich wollte ihn niemand mehr mit einer drei Meter langen Stange berühren, nachdem von seinen absurden Forderungen die Rede war. Van Dammes Vermögen ging im Laufe des darauf folgenden Jahrzehnts zurück, da er in Low-Budget-Actionfilmen auftrat, die es nicht über die DVD-Regale hinaus schafften. Das war jedoch nicht der schwerwiegendste Aspekt der Situation. Er fing an, Fahrzeuge mit Nachtclubs zusammenzustoßen, sorgte für Aufruhr bei den Paparazzi und baute immer mehr Schlangen in seinen Alltag ein. Es schien, als hätte die einst strahlende Leuchte ihre Strahlkraft völlig verloren. Und gerade als sich herausstellte, dass Van Dammes Umstände nicht noch schlimmer werden könnten, ereignete sich ein noch katastrophaleres Ereignis. Van Dammes Gesundheitsprobleme. Der legendäre Actionstar Jean-Claude Van Damme wurde von einem Strudel aus Ruhm und Reichtum mitgerissen, nur um dann von gesundheitlichen Problemen gestürzt zu werden. Bei Van Damme handelte es sich um eine jahrelang unbemerkte Erkrankung, die sogenannte Rapid Cycling Bipolar Disorder. Am Ende passte jedoch alles zusammen. Van Damme begann mit der Behandlung und begann, stimmungsstabilisierende Medikamente einzunehmen, was ihm die Bewältigung seiner Erkrankung erleichterte. Während er sich im Film JC VD porträtierte, sprach er offen über seine Störung und teilte in Interviews sogar seine Psyche, wobei er die Kämpfe eines geschädigten Mannes enthüllte. Er befand sich an einem düsteren Scheideweg und kämpfte mit der Frage, ob er das Leben aufgeben sollte oder nicht, wie es bei vielen anderen der Fall war, die mit dieser Situation konfrontiert waren. Dennoch konnte er mit entsprechender Hilfe wieder auf die Beine kommen. Nachdem er seine Kokainsucht überwunden hatte, begab er sich auf eine mutige Reise in eine vielversprechendere Zukunft. Die unglaubliche Wiederbelebung. Wir alle haben die Geschichten von Prominenten gehört, die ihren Tiefpunkt erreicht hatten und dann ein triumphales Comeback feierten. Allerdings haben nur wenige eine so turbulente Reise erlebt wie die von Jean-Claude Van Damme. Alles begann mit einer Erkenntnis. Van Damme führte eine eingehende Selbsteinschätzung durch und kam zu dem Schluss, dass es an der Zeit war, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Er begab sich auf die Mission, seine Karriere wieder in Gang zu bringen und gesund zu werden. Ausgerüstet mit einem neuen Verständnis der Funktionsweise seines Gehirns. Van Damme verzichtete zunächst auf den herkömmlichen Rehabilitationsansatz. Er entschied sich für eine rigorose Herangehensweise, schwitzte sich durch unerbittliches Training aus, um die körperlichen und geistigen Qualen zu überwinden und wurde kalter Entzug. Ist ihnen das außerdem bewusst? Es hat einwandfrei funktioniert. Der Einzelne erlangte seine körperliche Fitness wieder und war bereit, sich erneut der Welt zu stellen. Diesmal ging es Van Damme jedoch nicht nur darum, sich eine Position zu sichern. Er wünschte sich, dass andere sein wahres Ich sehen würden, die Person, die für die Kampfkunstmanöver verantwortlich war. Daher begann er seine Karriere mit der Übernahme untergeordneter Rollen in bedeutenden Produktionen. Von seiner Rolle als Synchronsprecher in Kung Fu Panda 2 bis hin zu seiner eigenen Reality-Sendung, Jean-Claude Van Damme, hinter verschlossenen Türen, ließ er die Öffentlichkeit Zeuge seines Lebens mit all seinen Unvollkommenheiten werden. Und stellen Sie sich was vor? Große Dividenden wurden realisiert. Sein Karriere-Revival wurde durch die Reality-Sendung eingeleitet, die begeisterte Kritiken erhielt. Bald war er im wahrsten Sinne des Wortes wieder im Einsatz. Neben einer hochkarätigen Besetzung und einem beachtlichen Budget von 100 Millionen US-Dollar rückte seine Rolle in The Expendables 2 wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Gesamteinspielergebnis des Films von 315 Millionen US-Dollar war wirklich bemerkenswert, was darauf hindeutet, dass Van Damme mit großem Erfolg zurückkehrte. Darüber hinaus feierte ihn sein Geburtsort mit einer lebensgroßen Bronzestatue, die seine ikonischen Kampfsporthaltungen für zukünftige Generationen für immer bewahren wird. Und wenn das kein Anzeichen für ein echtes Comeback ist, sind wir uns nicht sicher, was es ist. Eine weitere Statue wurde in Aserbaidschan errichtet, in einem Dorf, das den lustigen Namen Van Damme trug. Und jetzt ist der Einzelne selbst mit Schwung zurück. Jean-Claude Van Damme ist derzeit dabei, einen neuen Film, Frenchie, fertigzustellen, indem er neben der Darstellung der Hauptfigur auch als Autor, Produzent, Cutter und Regisseur fungiert. Van Dammes Rückkehr auf die Leinwand hat uns dazu veranlasst, über seine berühmtesten Filme nachzudenken. Er hat uns einige unauslöschliche Momente auf der großen Leinwand beschert, darunter Bloodsport und Kickboxer. Welcher ist Ihr Lieblingsfilm von Van Damme? Bitte teilen Sie uns dies im Abschnitt Bemerkungen mit. Ich schätze Ihre Aufmerksamkeit. Klicken Sie auf das nächste Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint, um eine noch spannendere Erzählung zu erleben.